Musik Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, es sind jetzt ein paar Tage vergangen und mir hat sich ein bisschen was getan. Einen Neuzugang sehen wir schon mal hier vorne in Montana. So, und ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme beginnt morgen dann das Valentins-Event. Ich bin da schon mal sehr gespannt drauf. So, das hier ist unser Krebs, Stufe 1. Hier ist eine Stute, heißt aktuell noch Pal. Ja, der Name ist nicht so schön, aber sie wird auf jeden Fall eine ganz, ganz schicke werden. Bin ich mir sehr sicher. Und ich würde sie dann gleich erstmal auf die Weide schicken, die gute Dame. So. Dann haben wir hier noch einen Neuzugang, und zwar diesen guten Tor. Ist ein Stier, Stufe 1. Hängstchen, das hat geklappt. Na komm, zeig auch du dich mal. Oh, der ist so süß. Echt schick. Und auch den guten schicke ich dann gleich mal mit auf die Weide. Und hoffe mal, dass sie erwachsen werden. Von einem Spaziergang sozusagen. Ähm, wir haben die, diese Kugeln bekommen. Hier den Stierkristall und den Krebskristall. Und, ähm, da muss ich nochmal schauen, wo die dann hinkommen. So, hier ist ein Fjordpferd rausgekommen. Den verkaufen wir mal. Wir haben ja Hängst und Stute. So, dann brauchen wir nochmal das Shetty-Stütchen und den Fjordi-Hängst. So, und, ähm, ja, das Züchter-Event läuft noch. Wir versuchen es, und zwar mit dem Wider. Wider 1 wäre eine Stute, wenn es klappen sollte. Wir nehmen hier mal die Gratis-Verbesserung. Ich weiß gar nicht, wie lange das Züchter-Event noch läuft. Kann jetzt eigentlich auch nicht mehr so lange sein. Aber es klappt nicht. Wir bekommen ein Shetty. Wider ein Stütchen. Naja. Okay. Dann schauen wir uns mal das Quiz an. Wie lautet der Name einer Frisur mit einem langen Zopf noch? Pferdepeitsche, Ponyman. Pferdeschwanz, das ist der Pferdeschwanz. Dann, wie lautet das französische Wort für Pferd? Cheval, Chapon, Châtelier, Cheval. Und, wie viel Hafer brauchst du im Spiel, um einen Müsli-Riegel herzustellen? 12, 18, das sind 12 Hafer. Wir bekommen vier Äpfel dafür. So. Was sagt unsere Post? 1.700 Münzen als Stallbursche verdient. Es wurde geholfen. Vielen, vielen Dank. Deine Freunde haben dein Dorf besucht. Und Pferde wurden gestreichelt. Wir wurden in Russland überholt. Okay. Und. Gut. Ja. Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank für den Hinweis, dass ich ja, warum auch immer, mit Facebook nicht mehr verbunden war. Ich habe mich jetzt wieder angemeldet. Wir können nochmal schauen. Ich hoffe, es ist geblieben. Ich weiß nicht, ob es mit dem Update zu tun hatte irgendwann. Keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal dran denken, ab und zu mal nachzuschauen, ob ich noch verbunden bin. Ich habe jetzt auch viel mehr Leute in meiner Liste. Da sind ein paar dazugekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Dann geht's auf die Fantasieinsel. Bei den Jadefeenpferden habe ich momentan nicht weitergezucht. Ich habe jetzt nur die Sternenzeichen gemacht. Und in Frankreich können wir auch gleich nochmal schauen. Da gab es auch einen Kleinzuchterfolg. So. Und dann. Ja. Das Tierchen ist immer noch unterwegs für die Aufgabe. Für Rubine. Ja. Jadefeenpferde. Nächster Versuch. 23%. Aber es wird es nicht. Stufe 1er. Stütchen. So. So. Gibt es ja auch die Info, wie lange das Event noch läuft. Sechs Tage noch. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall noch Chancen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch Zeit haben für die Sternenzeichen, ehrlich gesagt. Aber ich versuche auf jeden Fall zwei, habe ich mir noch aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gerne hätte. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich dann von den anderen auch wenigstens noch 1 Stufe 1 Satir bekomme. Und dann hoffe ich mal, dass woanders dann, ja, die Gegenstücke dazu auftauchen, dass ich dann mit denen auch weiterzüchten kann. So, dann haben wir hier unseren Lipizzaner Stufe 3. Stufe 1 und 2 kommen dann auch nochmal. Aber, ja, der Gute wird dann auch bald erwachsen. Sieht ein bisschen komisch aus, wie im Gesicht so richtig hell, ne? Na, komm. Magst du dich nicht auch mal zeigen? Nee, mag er nicht. Doch. So. Wir geben ihm jetzt einfach mal die Sojabohnen und hoffen, dass er erwachsen wird. So viele Punkte fehlen ihm ja gar nicht mehr. Und rechts. Hm, das reicht. So. Kleiner Mann. Das ist natürlich schade, dass man wieder so eine gelbliche Mähne hat, ne? Ach ja. Aber sonst. Okay, gut, die braune Schnute, braune Beinchen. Aber sonst ist er ganz schick. Auf jeden Fall. Doch. So, einen anderen Namen darf er natürlich auch nochmal bekommen. Da schauen wir dann mal, wie es aussieht namenstechnisch. Und dann haben wir hier noch einen Neuzugang, über den ich mich hier sehr, sehr freue. Und zwar ist das momentan noch Wind, unsere erste Achal-Tech-China-Stute. Und, äh, ja. Vielleicht kriegen wir die jetzt auch nochmal auf Stufe 5. Denn für das Valentinsevent, das ja dann für mich jetzt von dem Zeitpunkt aus gesehen morgen startet, also eigentlich, wenn die Zeit ja abgelaufen ist für die, ähm, Geschenke, soll das starten, das Valentinsevent, äh, sollen sie einen Bonus haben für die Rennen. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Renntechnisch und, äh, Bonustechnisch. Und es soll noch eine zweite Rasse geben, die einen Bonus hat. Ich gehe mal davon aus, dass das, äh, das englische Vollblut ist. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn es um Rennen geht, ne, englisches Vollblut. Aber, solange nichts offiziell bekannt gegeben ist, weiß man es nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt West-Einachal-Tech-China haben. Ich versuche dann, wenn sie erwachsen ist, nochmal einen zweiten zu züchten. Ähm, ja. Und sie muss dann auf jeden Fall auch nochmal trainieren. Damit sie mehr Energie hat für Rennen. Ich weiß auch nicht, wie das dann läuft, wie viel Energie sie braucht. Auch, ich würde dich auch gerne mal ganz normal von der Seite sehen. Wie die anderen Herrschaften es auch schon geschafft haben. Ne, sie nicht. Na gut, wir werden auf jeden Fall noch mehr Ach-Al-Tech-China kriegen. So. Dann kriegst du jetzt nochmal Kirschen. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt reicht fürs Level-Up. Das reicht. Sehr gut. Och, sie ist schick. Ach ja. Doch, ich bin auch sehr gespannt auf Stufe 2 und 3. Stufe 2 hatten sie ja abgebildet. Ist so ein schicker Apfel-Schimmel. Aber auch die, ich weiß nicht, ist halt jetzt ein Palomino. Ähm, finde ich auf jeden Fall auch schick. Stufe 1. Top. Ja, Süße. Wir können sie jetzt dann nochmal beim Ankleiden ansehen. Ich finde sie echt schick. Ja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir auch ein Rennautfit für sie. So, das ist ja... Sind ja so... Zettel... Farben vielleicht nicht ganz so, aber... Hm. Ich bin nicht so richtig überzeugt gerade. Mal sehen. Vielleicht gibt es ja noch was Neues, wenn das Event startet. Gut, dann könnten wir rein theoretisch, wenn wir noch Zeit haben, mit den Neuen nochmal Rennen versuchen. So, wie viel Energie hat sie dann auf Stufe 5? Level 5? 24. Na, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Die gehen dann auch nochmal trainieren. Ähm... Nachhaltig, China. Ja. Ja. Jetzt müssen wir nur irgendwie mal einen Hengst finden zum Züchten. Ja. Na gut, aber erstmal schauen wir uns dann... Ich glaube, den letzten Zuchterfolg, den ich hier in der Aufnahme hatte. Achso, ja. Ich habe mir auch nochmal erlaubt, Diamanten auszugeben. Man sieht es ja... Es sind wieder unter 1000 aktuell. Ähm... Aber ich hatte hier bei dem Brett so eine Aufgabe. Gib 200 Diamanten aus. Und hier waren es 240 oder so. Habe ich gesagt, das mache ich mal. Die Mine muss ja sowieso mal erweitert werden. Oder verbessert werden. Und hier bekommen wir offenbar ein paar zurück. Kommen wir so zurück. Ja, 40. Also hat es dann sozusagen genau gepasst. Besitzer 1 Mark der Stufe 5 in Füssen. Gibt auch nochmal 50. Ja, man sollte ab und zu mal die Aufgaben machen. Dann kriegt man wieder neue Aufgaben freigeschaltet. Hm, vielleicht kriegen wir dann doch irgendwann nochmal Diamanten zurück für die Oase. Wenn wir die beiden hier weg haben. Möglich wäre es. Na gut. Okay, wir hätten hier noch eine. 300 Diamanten. Das lassen wir jetzt aber erstmal. Ich möchte die... Okay, es haben eine 50 Diamanten. Haben wir geschafft. Äh, ich möchte gerne... ...erst mal die Oase ausbauen. Wenn wir dann das Level dafür haben. Gut. So, dann schauen wir uns erstmal unsere gute... ...ähm... ...ähm... ...ja... ...unser Fisch. Generation 1, Stufe 1 Tierchen an. Die Knight. Ähm, die habe ich auch noch nicht trainieren geschickt, weil ich Angst hatte, dass sie dann gleich erwachsen wird. Ja. Das war ja wirklich super flott. Hat das geklappt hier mit der guten. Hm, da bin ich echt froh drum. Ne, Maus? Hier. Also sie ist auch echt süß. Nein, zeig dich mal richtig. Hm? Du... Du möchtest nicht? Ne. Na komm. Ich habe aber wahrscheinlich nur einmal als Fohlen. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe jetzt während des Events... ...aber ich habe noch nicht groß rumgeguckt, muss ich auch zugeben... ...dass da mehr Generation 1er Sternzeichen da draußen stehen. Na komm. Nö. Nix zu machen, dann füttern wir sie. So. Gibt für uns auch Punkte. Ich finde das echt schick. Die hat auch diese... ...ähm... ...wie man ja sieht... ...ne Schreckung vom Kleinstell. Die Farbe ist echt schick. Und das Zeichen ist auch... ...bestimmt wenn sie erwachsen ist, besser zu erkennen, aber... ...ist auf jeden Fall eine schicke Dame. So. Unbenannt wird sie dann aber nochmal. Night, Nacht... ...passt jetzt nicht so wirklich zu ihr. Ich finde, sie sieht eher so frühlingsmäßig aus. Äh... Gras. Ja, komm. Gibt auch nochmal Gras. Bringt wahrscheinlich nicht viel. Aber danach geht sie dann auf die Weide für die Kleine. Und dann... ...haben wir ja noch einen Fohlen da. Das schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Dann ist sie auf jeden Fall nicht alleine auf der Weide. Und dann haben wir hier noch einen Fohlen. Ist zwar von der Art her nichts Neues, aber... Ich habe ein Alice Pferd Stufe 2 Stütchen gefunden zum Züchten und jetzt habe ich auch eine Stute bekommen. Satt hätte ich gedauert. Also ich hatte zwischendurch noch... ...zwei, drei Hengste. Und dann hat es eigentlich mit der Stute geklappt. War auch leider sehr teuer. Kriegt natürlich noch einen anderen Namen. Ich möchte auf jeden Fall von dem Alice Pferd Stufe 1, 2 und 3 behalten, glaube ich. Also drei ja sowieso. Stufe 2 ist aber auch echt schick. Und... ...Stufe 1... ...muss eigentlich auch bleiben, ne? Ja, sozusagen das Original. Füttern wir dir auch nochmal Gras. Dann sehen wir dich auch nochmal. Ein bisschen besser. Und dann schicke ich sie mit auf die Weide. Und die wird dann ja auf jeden Fall erwachsen mit dem Training da. Mit dem Weidegang. Tja, dann könnten wir da eigentlich auch weitermachen. Aber momentan... ...ja, steht das Event dann im Vordergrund. ...dass wir da Pferde haben, mit denen wir daran teilnehmen können. Womit wir wahrscheinlich... ...hoffentlich noch einen kleinen Bonus behaben. Ähm, und... ...ja. Ich meine, wir haben sie ja sicher. Sie sind ja hier. Hengst und Stute schon mal. Stufe 2. So. Was haben wir hier noch geschafft? Sechs Pferde. Okay. Ähm. Fünf Ranchers besuchen wird man hinkriegen. Sie wird mit der Jagd drin auch. Ernte, Futtermittel. Ähm, müsste ich Gras wahrscheinlich wieder anpflanzen. So, was haben wir denn hier? Ach, ein Haflinger. Genau, hier habe ich versucht, den, ähm... ...Wassermann war es, glaube ich. Also Haflinger und irische Sportpferd. Ich schaue mal lieber nach, aber... ...ja. Hafi und irische Sportpferd. Da habe ich den Hafi hierher gebracht. Zum Züchten. Ist recht günstig. 12% Chance. Wir können nicht mehr Gratis verbessern. Nein, geht rüber. Und es wird wieder ein Haflinger. Schade. Jess. Ja, der Name Jess möchte ich schon auf jeden Fall für ein Pferd haben. Mal schauen, welches Pferd das dann bekommt. Ach so, wir haben hier auch immer noch... ...unsere Wassermannstute. Ich weiß gar nicht, haben... ...wahrt ihr dabei, als ich sie gezüchtet habe. Das müsste die... Genau, Wassermann... ...Äh, Generation 3, Stufe 1, Stute sein. Das heißt, das haben wir ja auch safe. Die Gute kommt jetzt auch noch mit auf die Weide. Damit sie erwachsen wird. So. Gut. Drei Vogeln. Süß. Dann sind sie jetzt nicht alleine. Gut. Dann nochmal nach Großbritannien. Da gab es jetzt aber keine weiteren Veränderungen. Denn, äh, da habe ich nicht weiter gezüchtet. Aber wir schauen trotzdem mal vorbei. Ja. Doch, eine Box habe ich aufgewertet. Okay. Kleine Veränderung. Dann haben wir immer noch drei Boxen, die aufgewertet werden dürfen. Ach, wir machen jetzt einfach nochmal eine. Eine machen wir. Und der Rest an Gelb bleibt erstmal für die nächste Zucht. Und, ähm... Ja. Ich glaube, für die alte China-Zucht. Und die... Ja gut. Die kosten jetzt nicht so viel, die Sternzeichen 1 momentan. Aber trotzdem. Damit wird das auf jeden Fall haben. So. Was ist das? Oh, gerade nochmal 600 Münzen als Steilbursche verdient. Ja, wir hätten rein theoretisch auf der Fantasieinsel auch immer noch die Chance, Diamanten auszugeben, um die Scheune zu vergrößern. Müssten wir auf jeden Fall auch irgendwann machen, aber... Ne, momentan können wir denn hier noch irgendwen... Ich glaube, Salat. So viel Salat haben wir denn. Salat müssen wir eigentlich ordentlich haben. Ne, 22 ist nicht ordentlich. Können auch nichts mehr... Dann füttern wir nochmal ihn. Dann muss ich mich jetzt mal ein bisschen ranhalten, Pferde füttern und, ähm... Ja, Ausschau nach einem Achaltekina-Hengst halten. Und ich glaube... Na, wir sind zwar schon über die Zeit, aber... Ne, darauf hatten wir jetzt nicht noch... Ein Rennen machen wir wenigstens mit unserer Achaltekina-Stute. Und zwar... Oh, ich glaube, ich würde mal gern wieder Japan zur Standardrennen. Wo ist sie? Wind. So. Wobei... Werden wir sie sowieso in den Eventfolgen öfter sehen werden. Ah, egal. Das heißt ja nicht, dass man mit einem anderen Pferd nicht laufen kann. Es soll angeblich nur einen Bonus geben. Keine Ahnung, was für einen Bonus. Oder hast du einen Geschwindigkeitsbonus? Hm. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die, ähm... Pferde. Auf das Valentinspferd. Da hat man ja schon ein Bild gesehen. Das sah echt niedlich aus. Also das gefällt mir. Definitiv. Dann soll es ja noch ein zweites, äh... Pferd geben. Und... Man soll angeblich sich, äh... So Rezeptstückchen erarbeiten können. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wenn's... Wenn wir uns die mit den Rennen erarbeiten, dann, äh... Kann das natürlich auch schwierig werden für mich. Bin da ja leider nicht so begabt drin, aber... Naja. Vielleicht hab ich ja Glück. Manchmal muss man ja auch Glück haben. So, mit ihr läuft's aber... Sehr gut momentan. Dafür, dass sie wirklich keine Verbesserungen da so hat. Ich glaub, Geschwindigkeit ist bei denen auch... Oh, da war ich viel zu früh. Oh Gott. Ich glaub, war das bei eher Geschwindigkeit auf Gold... Ausdauer Silber und, ähm... Sprung Bronze. Sprung ist dann natürlich das, was uns vielleicht reinreißen wird. Das kann natürlich sein. Naja. Ich bin, wie gesagt, schon mal gespannt, wie's aussieht. Wird's neue Rennen geben? Oder werden wir hier in den altbekannten Rennen... Aufgaben erledigen müssen? Wenn wir natürlich gewisse... Ähm... Ja... Meterzahlen hier erreichen müssen, dann... Wird's wahrscheinlich teuer, was Diamanten angeht. Hm. Naja, gut. Abwarten. 1349 Meter. Wir hätten mehr geschafft, wenn ich da nicht einfach mal so... Zu früh abgesprungen wäre einmal. Okay. Eine andere achalte Kina ist hier gerade nicht so ziemlich... Doch. Billy. Billy hört sich gut an. Da schauen wir doch... Naja, da schauen wir doch nach. Könnte ja ein Hengstchen sein, wenn er draußen steht... Und wenn er nicht gerade selber in der Zucht ist. Wäre das auf jeden Fall noch eine gute Alternative. So. 700 Meter. Wir haben auch gleich die Aufgabe erlegt. Na Mensch. Auf nach Frankreich. Und dann... Suchen wir mal Billy. In der Hoffnung, dass er noch da ist. So. 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 Hier steht er nicht. Gut, könnte natürlich... Ich weiß nicht, würde Billy vielleicht auch vom Spiel vergeben. Nicht, dass es dann doch eine Stute ist, aber wir wissen es halt nicht. Wir schauen, was spielt hier. Ollo Traber. Württemberg... Ah ja, Württemberg... Die Württemberg-Zucht muss weitergehen. Haben wir hier ein Hengstchen bei, dass die Stute das war, der Hengst? Merken. Am besten gleich aufschreiben. Nuttiere ich mir gleich mal. Das wäre natürlich auch, wenn wir dann hier mit dem Württemberg noch mal weiterkommen würden. Okay, hier auch nicht. Sonst gehen langsam die Länder aus. Vielleicht auf der Fantasieinsel gehe ich zwar eher nicht von aus, aber man weiß ja nie. Ne, und Großbritannien, letzte Chance. Sonst steht er wahrscheinlich wieder in der Oase. Was echt schade wäre. Oder ist er der Zucht? Ne. Tja, schade. Er ist nicht mehr draußen. Na gut, Württemberger waren, glaube ich, in Deutschland. Dann würde ich aber sagen, war es das für heute? Wir sehen uns dann in der neuen Folge wieder. Dann sollte das Event, Valentins-Event, gestartet sein. Und ja, ich bin echt mal gespannt, was da renntechnisch auf uns zukommt. Was es dann noch für ein zweites exklusives Pferd sozusagen gibt. Und ob wir denn wirklich eine vernünftige Chance haben, sie zu bekommen. Ich bin gespannt. Na gut. Achso, ich wurde, bevor ich jetzt beende, ich wurde auch gefragt, woher ich Alice habe. Das war ja nicht in der Aufnahme zu sehen. Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und da habe ich gedacht, bevor ich das jetzt stückchenweise hier mir eine Folge zusammen baue. Ja, hier über dieses Brett bei Tauschen, ich glaube, ich habe jetzt noch die Waage hier. Genau, hier bei der Waage, da hatte ich das Alice-Pferd. Und ich weiß nicht, nur noch ein paar Stunden Zeit, als ich dann die 8000 Punkte zusammenbekommen habe. Und deswegen habe ich mir Alice dann einfach hier rüber geholt. Ich glaube, da kriegt man nur Hengste. Also bis jetzt habe ich nur zweimal den Hengst hier gesehen. Die Stute konnte man ja kaufen. Ich glaube, das ist jetzt abgelaufen. Und ja, da habe ich Alice her. Und diese Punkte zu sammeln ist echt nicht so ganz einfach. Aber ich gebe halt die Punkte auch nicht für irgendwelche Verbesserungen oder Beschleunigungen oder irgendwelche Bonis aus. Sondern wirklich sammle ich jetzt nur für die Pferde. Und bei den Aufgaben hatte ich halt Glück. Ich glaube, zweimal hatte ich da die Aufgabe, gib 1000 Diamanten aus. Das hatte ich jetzt auch nochmal. Und dann habe ich die Hoase erweitert. Und dann lohnt sich das schon, weil man dann auch 1000 Punkte dafür bekommt. So, ja, dann war es das aber für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.